ja guten tag oder guten mittag oder gute nacht je nachdem wann ihr schaut ja letzte folge war ja sagen wir mal papierkram diese folge ich weiß nicht ach mal gucken auf jeden fall hier gab es noch was was ich unbedingt mal was auch relativ wichtig ist und zwar was ich mir anschauen ein roter was ich mir unbedingt anschauen sollte zwar muss ich dafür rausgehen und raus ging es da oben warum ist da nebel was was hä ich werde drauf ähm hä was ok ich sehe was verändert ist hier irgendwas jetzt neu ist das da die Burg losgekehrt eigentlich ich habe keine ahnung warum da jetzt nebel war aber ok ich muss ich glaube nach rechts was ich meine ich habe gerade naja wie passt so gut überall Mama so gut wie keine sehensfall hier würde ich sagen das war der hund der hund ist runter gefallen ok runter gesprungen alter ich wusste doch dass hier irgendwo ein hund ist aber ich wusste gar nicht mehr was da hier ist alter das habe ich auch nicht gesehen boah achja äh ich wollte noch glaube ich die musik leiser machen äh auf 3 warum weil die passiv musik in der letzten aufnahme ein bisschen entweder zu laut war oder meine stimme war zu leiser auf jeden fall mache ich die musik sicher als halber leiser ui jumpscared tages ok war hier was eigentlich ne da war dieser samurai jack typi aber sonst ist er nicht mehr da ne seine ah die zwei waren noch da genau aber dasselbe ist verschwunden ne jo ähm war ich hier richtig nein ich werde die nicht öffnen nein war ich nicht ich muss die treppe hoch glaube ich boah alter so mal gucken wieviel schaden jetzt das schwert macht hallo ach ihr macht nichts na gut dann lass ich euch mal einfach ähm naja weiß ich noch so wo ging es hier war das hier hä nein da ist der baum moment hä ok warte mal ich habe es glaube ich ich muss ich doch vielleicht da rein hoch nein nicht rollen nicht rollen nicht zu was genau ne hä ah doch hier das hier kann ich da rein rein nein hier irgendwas nein hier der baum äh und zwar da ging es nämlich nein so das genau ah kann ich kann ich wow nein ok ah ja genau da ist der baum weil da ging es nämlich so irgendwie hoch und zwar nein ok aber gleich moment nein ich glaube wenn ich wenn ich hoch komme dann 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 schneide ich das video dahin also einfach gegen den baum rennen und rüber springen ja folgendes hier gab es nämlich irgendwas Heimatknochen ja ok und zwar sind wir jetzt hier auf dem dach und hier auf dem dach oder am dach irgendwo gab es dann ich sag mal irgendwas spezielles genau da geht es rein äh äh dings bevor ich da reingehe und runter stürze äh äh gab es hier irgendwo irgendwas wichtiges war nicht hier oder doch da muss ich mich dann konzentrieren ok ich nehme notfalls die wurfmesser das war folgendes ich sag einfach nichts ich so einfach schauen jawoll jawoll ja ne mini echse ne bebe echse ok ja das hätte ich geschafft das war es auch schon hier hier zumindest ne der wand aber es geht ja noch weiter ähm ich frag mich ob man diese Seite irgendwie runter lassen kann vermutlich wenn man irgendwie in den Turm reinkommt so keine ahnen ähm ja das wäre schon mal geschafft ein weiterer Haken an der Tagesordnung was ist hier nix darf halt ich nicht runter springen sonst würde ich wieder den Baum hoch weiter geht es da zu und hierzu genau denn hier oben äh hier nein hier ist nämlich da 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 sagen wir mal Kuppel da ist die Tatelle und da gab es auch noch was was habe ich aber auch schon wieder vergessen ahhh wa u 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 okay das hat mich ein bisschen erschreckt das habe ich vergessen da ist jemand da poko heißt oder so hier erster scherbe und so die gut war weiß ich nicht mehr ja aber ja okay warum spricht hier noch mal mit mir ist das eine kreel keine ahnung nein hier war das nicht genau wenn man genauer betrachtet die kuppel drum herum hat ja so einen weg da wo mein helm gerade drüber hier drüber da drüber ist da ist ja so ein weg das so rumläuft aber hier plötzlich ist die wand wie vorgeschoben und wenn man hier hier geht ja so ein gang einfach nach vorne wenn man hier entweder gegen die wand schlägt oder gedrückt 1 1 aber dass er scheiben oder dagegen schlägt es sind ja werden scheinbar drei illusionen gelöst aufgehoben bei wand illusionen ja und jemand sieht mein besser schwebt jetzt einfach im musikbare ja also hier sind wir jetzt oben ich glaube schon unten hätten dann auch sehen können dass hier oben gang weiter geht aber so genau guckt ja jetzt und zwar gibt es hier bin ich richtig ja müsste hier ein ein item eine truhe versteckt hinter einer illusion und hier drin ist und ja sowas und da drin ist ein silbener stangenring und zwar macht der folgendes ich habe mich nicht gespoilert und so ne ich habe das jetzt mit euch rein zufällig entdeckt und zwar gefallene gegner bringen mal sehen das ist mein zweiter bzw erster richtiger ring den ich nutzen möchte allerdings im falschen menü ja unter ausdrücken genau der zweite ring jetzt kriege ich mal sehen wie viel prozent keine ahnung und jetzt ist oben links unter meine aufdauerleiste und unter der grünen entschleinenden boden wirst du sie so fragt mich warum hier eigentlich an der drudende kette ist die kind ist oder so keine ahnung ja zwölf minuten sehr gut damit werden wir hier durch jeder tage verordnet ist hier noch irgendwas womit nicht mein ding kaputt mein schweiz kaputt gemacht nehme ich mal die paus die drücken ging leider nicht warum auch immer ich dachte ich habe gehört dass das gehen soll hauen oder drücken ja ich komme ich jetzt hier runter ja und weiter weiß ich nicht hallo ich habe schon vorhin schon mal ein bisschen fallschaden genommen ja jetzt kann ich da ja damit wenn wir hier fertig genau waren wir hier sind wir fertig genau und jetzt zu lostrick nach los der kröne reise dort mal lagerkiste erstmal ich will mir mal die ach habe schon okay egal moment was habe ich überhaupt tun dass da was machen eigentlich punkte liter lieb verstecken für stärker führte wackel bis zu 4 ok dass die schuppe aha alter der edelstein aha was gibt es noch was auch immer die noch mal machen hier habe ich ja die armbrüste und den bogen ach ich hätte ja hier diesen schild aus dessen schild den ich brauche das gewinne dass man ja dieser fahrer typisch genau das war sonst alles okay zurück und reisen nach nein ich boote der hohen mauer nein die kommt vielleicht in der nächsten oder übernächsten folge vor aber ich wollte weil hier nein nein oder doch näher und zwar da war ja noch in trache und da oben waren wir ja noch nicht also muss ich mich noch mal da umschauen um die gesamte map erkundet zu haben ja genau da ist da ist allerdings wie durch das feuer gegen das feuer ankommen weiß ich nicht war wir werden sehen so dritter in silberner rüstung ich fürchte dich nicht na gut zwei schläge wie vorhin auch hat sich nichts geändert jetzt ja ich habe über 300 seelen die hoch du da komm mit komm her ist eigentlich ich weiß nicht da kann mit dem schild da hinten schauen ok beide dieätze nicht Fight ok kohl danke gut du da hast du was ja gut Das Schwert mag besser sein, aber ich glaube ich brauche immer noch die gleiche Anzahl an ihm. Öffnen? Ach, vielleicht nicht öffnen, ok, ok, hat der Feuer gespuckt, hat der Gegner was getroppt? Oh, da hat er noch nicht mehr, na gut, ok. Was ist jetzt Feuer? Ah, na gut, ich gucke da auf. Ey, ich habe schon tausend Seelen vor. Nope. So, 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 renn, 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 renn. Ah, da lebt immer noch, was? Wie? Soll ich nicht leben? Yeah. Voll Stecher und, ja. So, jetzt geht's da hoch, schnell, ein bisschen jetzt, rennen. Ah, ah, Feuer brennt ja, ah, er brennt. ah ah, nein, 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 nein! hier liegen noch 3 Items rum wenn ich es richtig gesehen habe, genau genau kommt er bis dort hinten? ich habe keine ahme warum ist der drache so angepisst eigentlich? ich habe ihm doch nichts getan äh äh gut ich weiß nicht was kriegen das vorher machen kann na gut einfach mal dann gehen wir erstmal mal daheim nicht eigentlich oder was nein so ah so so ist hier etwas nein alles sicher der drache kann nicht durchbrechen wegen skyrim oder? ne ich glaube nicht hoffentlich keine ahnung ist es nicht skyrim es ist dragon äh dragon souls genau keine ahnung ich dachte an drache und an dark souls also dragon souls ja das neue spiel von vom dogfler habe ich schon mal vorher gesagt äh dragon souls dragon souls 5 ah das ist eine truhe und hier ist kein gegner ok ist das hier eigentlich die spielskammer? oh mir leid ist da irgendwas ist da irgendwas? ist da ein geheimgang? nein ist hier irgendwas? nein kann ich hier was nehmen? ok hier noch irgendwas irgendwas was mich überraschen könnte das tor ja das hätte ich vielleicht jetzt dürfen hey nice ah wie cool shortcut hier geht es nicht weiter hoch nein ja ja ok zum drachen kommen wir nicht den dem kann man nicht in den durchzustechen ok hui äh hui ist das ein dekoratives stück oder war äh ich weiß nicht war das die letzte folge 72 minuten äh wisst ihr noch wo ich in dieser oder der letzten folge ich glaube das war diese folge die truhe mit dem schlangenring geöffnet habe wo ich mich gewundert habe wozu die kette da ist die die kringel die verkringelt lag ich glaube ich sehe die gerade die ist zum für die für die enkel an der an der seite aber aber hm 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 ist ist ok sie bewegt sich ja wait what warte mal habe ich das richtig oder war das waren da die 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 drohe atmet oder was äh so viel zu dieser folge es war schön warte mal ist da was drin warte mal ok warte mal was warte mal ok ich weiß nicht ob die atmet oder ob ob da irgendwas drinne raus ähm ok dark souls ok ähm 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 danke fürs zuschauen mal gucken was in der nächsten folge drinne ist aha cliffhanger äh ok jetzt wo man es weiß sieht man es auch was zum ok bis zur nächsten folge tschau